Mein Name ist Hans Repper, bin seit sechs Jahren pensionierter Polizist und bin Freiwilliger bei der Lebenshilfe Salzburg. Ich fahre einmal in der Woche mit einer Klientin nach Figaun zur Wassertherapie. Dort bin ich mit der Klientin im Wasser zur Unterstützung der Physiotherapeuten und gehe dann anschließend zum Mittagessen und bringe sie dann in eine weitere Folge wieder zu ihrer Arbeitsstätte nach Viehhausen. Und was ich noch sagen wollte, Freiwilligenarbeit hilft wirklich!